Musik Ein Spaziergang mit dem Hund an einem Sonntagnachmittag. Da entdecken meine Augen etwas Sonderbares. Eine vollgeschissene Windel am Wegesrand. Tja, mit einem Wusch ist das Kind befreit und die Landschaft gut gedüngt. Das geht auch anders. Diese kleinen praktischen Beutel mit Zipferschluss für ein geruchsfreies Verschließen des Corpus Delicti sind optimal für ein eventuelles Windelmalheur. Die praktischen Beutel können bei Bedarf mit einem Gummi extra gesichert werden. So kann garantiert nichts auslaufen und ein geruchsfreier Anblick einer in der Natur entsorgten Windel bleibt jedem Spaziergänger erspart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.